ich würde sagen wir probieren hier einfach mal das ganze gebiet so ein bisschen zu erweitern das war hier weniger so negativ sind das ist vielleicht ein bisschen mehr angestellten gewinne haben wäre jetzt zumindest meine idee wir können natürlich auch hier gucken ob wir in der wildwasserbucht noch einen weiteren bahnhof bekommen in meinen bescheidenen räumen die frage kriegen wir noch einen weiteren hier hin das ist höchstens hier vielleicht hin da müssen wir auch ein bisschen verschieben ein bisschen was ist gut sie sind wirklich vorbildlich vielleicht bringt das zumindest ein bisschen was unsere investoren möchten das projekt trotz ihrer momentanen finanzkrise fortsetzen 25 ein großes ding, ein großer eisbrecher gut die kreis können wir erstmal eh aus der acht lassen was für eine stadt ich könnte mir vorstellen dass das gold eher ist hier den krater und das die arca schollen ein positiveres zu beschreiten was kann ich für sie tun was kann ich für sie tun man kann sich auch täuschen gesundheit brauchen wir wir fehlen uns aber noch offiziere das muss ich sagen womit kann ich ihnen helfen ich muss sagen, crane wir mal ein bisschen ab, zumindest so gut es geht kommen sie rein, atmen sie tief durch fehlende gebäude dieser art, das kriegen wir aber auch geregelt hoff ich mal die normalen die brauchen die verjüngungskuren und so weiter haben wir dann hier ein plus an verjüngungskuren wir haben ein minus an der nahrung und knapp was die wildungskuren betrifft oder ist das ziel vielleicht doch eher was ohnehin schon positive positiver zu machen haben wir nicht hier, 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 hier die konferenz ist doch wie ein neues modul einsammeln willst du wirklich was bewerten? wo müssen wir drauf gehen? was könnte uns helfen? ich stimm mal für biotech ihre hilfe bedeutet mehr als sie vielleicht glauben viele richten sich nach ihnen und wollen es ihnen gleich tun wobei vielleicht lei sheng besser gewesen wäre die wahl was haben wir denn jetzt überhaupt für module? das würde ich aber auch gerne wissen also wie kann ich behilfen was für eine stadt 275 ich bin schwer zufriedenzustellen also sollten sie stolz auf sich sein wir brauchen Androiden, okay Androiden war mit Androiden war nicht hier, oder? doch Androiden war hier wir brauchen aber mehr Investoren der Manager ist ein Investor, na jawoll dann graden wir die Managerhäuser hier nochmal ab was für eine stadt bleibt mir sehr fast nichts anderes übrig aber ich steig das natürlich auf ich glaube ich würde jetzt gerne hier noch ein bisschen was upgraden wollen Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung ich mag es hier wirklich diese Atmosphäre der Zufriedenheit das brauchen wir hier wieder ich bin immer noch bei Dings bei ähm das effektet jetzt auch die was für eine stadt dadurch steckt auch das ganze Neues Level Firmenschufe 26 ausgebaut wie gesagt auf die credits verzichten wir oder ignorieren wir erstmal es geht schon gut wieder runter also äh ich habe in einer Computersimulation gesehen wie im 15. Jahrhundert Handel getrieben wurde Unterhaltskosten Energiewartung Logistikwartung Arbeitskraftwartung und dadurch steigen die Unterhaltskosten kann durch kann durch kann durch eines dieser Dinge überhaupt wir müssen die Unterhaltskosten minimieren beziehungsweise verringern wem kriegen wir das hin es gibt noch Logistik was haben wir hier auch es muss doch etwas geben was dann die Unterhaltskosten minimiert oder nicht oder muss es das? könnten prinzipiell wir können einfach mal vergleichsweise wir haben hier einmal Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung wir müssen zum Beispiel die Vertragung jetzt hinbekommen aber das steigt das ist oh von 1200 das ist ja fast sagen wir mal knapp das greifende wenn das so weitergeht das ist schon gut das ist schon gut wenn wir alle erweitern die hier stehen warten sie nur in ein paar Jahren könnte dieser Ort richtig angesagt sein kriegen wir das hin wenn wir jetzt alle weiteren Manager Häuser die wir jetzt hier auf dieser Insel noch haben das ist echt das Dreifache dann sollte man das eigentlich hinbekommen dass wir aus den roten Zahlen rauskommen oder nicht? und vielleicht als Bonus äh sogar noch äh ok das dauert natürlich ein bisschen ja was können wir auch die Androiden herstellen diese Handelsgenehmigung läuft bald ab ich würde mal sagen äh was brauchen wir denn was brauchen wir denn dafür überhaupt Baubots vier Stück davon haben wir genügend Superlegierung ach davon haben wir nicht genügend wir machen erstmal die die wir machen können jetzt haben wir das jetzt haben wir das aber wieder an was anderes an den gleichen sowohl als arbeitgeber als fehlenden Gebäuden dieser Art warum auch immer auch immer da immer wieder was fehlt die Firmenmarken werden immer beliebter schon bei 27 platzieren wir vielleicht hier nochmal eine Reihe woher wahrscheinlich davon mehr als nur eine Reihe brauchen dann versuchen wir mal hier möglichst viel abzugraden vor allem hapert es in den Superlegierung Transferroute ineffizient Ursache oder fehlende Waren also das ist eine nette Überraschung was äh was möchten sie von mir ok warum hat das andere jetzt nicht geklappt muss ich nicht verstehen Egal welche Vergünstigungen sie mir anbieten ich würde finden so wir haben haben wir wofür das ist wenn wir dann überhaupt nochmal Superlegierung Space Shuttle dockt an wegen wir mal ich muss diese berichte ausein Transferroute Auswählen von der Arktis. Das ist jetzt 218. Von hier nach dort. Wir haben mal auf 30. Ich meine. Gut zu wissen. Was für eine Stadt. Eigentlich bin ich mehr Annehmlichkeiten gewohnt. Das wäre wieder Gebäude dieser Art. Neue Firmenstufe. Können wir jetzt hier vorne wieder Häuser bauen. So, dann machen wir hier eine Straße. Warum sind wir jetzt schon wieder wohnen? Administratoren, 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 Arbeiter. Das sind alles Administratoren. Für sie habe ich immer Zeit. Denen mangelt es mittlerweile an Sicherheit. Ähm. Passt hier nichts hin, ne? Ne. Wir haben hier unten eine. Konfliktieren, noch eine hinzupacken. Die Frage ist, reicht das aus? Das reicht aus. Ähm. So, dann können wir jetzt das noch erweitern. Und dann fehlen uns wieder doppelte Sachen. Hier ist Gebäude-Farm immer, ne? Das ist echt irgendwie anstrengend. Das war nicht geplant. So war es geplant. Äh. Upgrade. Dann schäden wir wieder hier, dann hier noch das eine oder andere, bekommen noch aus den roten Zahlen. Auch in dieser Folge noch. Wenn man jetzt richtig interpretieren muss ich aber dafür noch ein bisschen Gas geben. Sie sind wirklich vorliegend. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Willkommen. Möchten Sie? Damals sind es nur noch Minos. Irgendwas. Und wir können sowas upgraden. Willkommen. Ich hoffe alles ist dann auf. Wir müssen dann vermutlich beim nächsten Mal uns dann nochmal drum kümmern, dass wir hier genügend Futter und so weiter für Leute haben. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Biokost genau, das meinte ich. Oha. Wenig ist gut. Quasi nicht vorhanden. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ist doch erstmal mehr oder weniger irrelevant. Und so, Upgrades. Ich kann mir wirklich nicht... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsbütern. Ich habe letztens eine Klammer dann jetzt hier noch. Manager, Manager, 4 Häuser sind das noch. Vielleicht versuchen wir uns ein bisschen zu pushen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Bitte nehmen Sie... Für eine luxusgröselige Gesetz. Äh... Okay. Ich weiß nicht. Es wird durch eine Futter eingefroren. Gucken wir mal, ob wir schnell hinreisen können, ganz fix was machen können. Das wäre optimal. Nuxuskost, wir brauchen mehr Wein. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Bis zur Seite. Jetzt fehlt weiterhin Wein. Und es fehlt noch Wein. Das kann man vielleicht auch noch mal hier platzieren. Wunderbar. Da man sollte jetzt auch diese Produktion eine positive Bilanz haben. Das liegt zwar an den Vitamindrinks. Wo auch immer da unsere Stationen sind. Für sie habe ich immer Zeit. Neuere Implantate auch, okay. Aber darum gucken wir mal unsere nächste Folge. Dann sind wir auf alle Fall in den grünen Zahlen. Nächste Folge. Und ja, ich muss mal fix aufhören. Ich habe nämlich bei anderen zu tun. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Vergessen Sie nicht, dass diese Handelsbedingung bald abläuft. Nö. Dann läuft es halt aus. Mir egal. Äh, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Restwoche. Einen schönen Rest-Tag. Beziehungsweise nächste Woche. Bald noch wieder heute noch. Machs gut. Halbzeit. Bis zum nächsten Mal hin. Bis zum nächsten mal. Ja, tschüss. L arena montrer klar sollte. Huo. handex.